Link-Audit-Tipps. Braucht man heutzutage überhaupt noch Links zu entwerten und wenn ja, was dabei alles zu beachten? Das alles noch viel mehr in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Ja, versuchen wir erstmal Klarheit zu schaffen und zwar gibt es diverse Aussagen von Google bzw. von John Müller, sprach von Google, wann denn überhaupt mit Link-Entwertungen überhaupt gearbeitet werden sollten. Das sind auf jeden Fall drei Gründe, wenn ja eine manuelle Maßnahme vorliegt, wenn eine potenzielle manuelle Maßnahme kommen könnte in Zukunft oder wenn man den Google-Eurhythmus zur Erkennung von, ja, Erkennen von und Abwerten von Links, von toxischen Links in Anführungszeichen, nicht vertraut, dann sollte man auf jeden Fall Links entwerten. Mit dem Google-Design-Wow-Tool sollte man dann arbeiten. Da ist allerdings ein Artikel, der ist von 2017. Also fünf Jahre ist das her, ist schon ein bisschen, ja, fünf Jahre in der SEO-Bubble, sind das gefühlt eine Ewigkeit. Laut diversen Quellen, also zum Beispiel von Olaf Kopp hier, von seinem Artikel zum Thema Status Quo des Link-Buildings, hat er gesagt oder geschrieben, dass er John Müller gefragt hat, ob der Google-Pinguin noch aktiv ist. Also das Google-Update, was denn, ja, dieses Link-Profil der Webseiten überprüft und da dann Maßnahmen anschlägt, wenn jemand es mit dem Link-Building übertreibt. Und da meinte John Müller auf jeden Fall, dass da Google-Pinguin 4.0 noch aktiv ist. Da ist es natürlich immer nützlich, wenn man denn, besonders in Zukunft, denn auch Gefahren läuft, dass man vielleicht zu viele Links gekauft hat in der Vergangenheit, Links schlecht getauscht hat, dass irgendein Mitbewerber einen abschießen möchte. Wenn man solche Gefahren sieht, sollte man auf jeden Fall mit Link-Entfernungen bzw. Link-Entwertungen auf jeden Fall arbeiten. Und deswegen ist ein Link-Audit extrem nützlich. Ja, wenn du denkst, dass deine Webseite abgestraft wurde oder jedenfalls Gefahr läuft, abgestraft zu werden aufgrund von schlechtem Link-Aufbau, sagen wir es einfach mal so, dann sollte man immer vorsichtig sein, nicht alle Links auf einmal zu entwerten, sondern einfach zu schauen, welche Links sind wirklich negativ, welche könnten einen negativen Impact haben und nicht einfach grundlos irgendwas entwerten. Das ist immer das Schlechteste, was man machen kann. Wenn man nämlich zu viele Links entwertet, dann entwertet man gegebenenfalls die guten Links gleich mit und dadurch verliert man dann ordentlich an Traffic und an Rankings. Das gibt es natürlich zu vermeiden. Das ist eben die Kunst beim Link-Audit, nur die Links zu finden und diese zu entwerten, die wirklich einen negativen Impact haben. Da empfehlen wir es natürlich immer, mit Tabellen zu arbeiten, da erstmal die ganzen Rohdaten reinzuwerfen und die dann entsprechend ordentlich zu filtern, dass man dort dann auch jede Seite, die man hier einträgt, in die Beispiel-Tabelle, dass man jede Seite auch manuell besucht und wirklich nachschaut, ist dort wirklich noch ein Link, ist der aktiv, was für einen Ankertext hat der wirklich. Also sich niemals blind auf die Tools vertrauen. Stichwort Tools, mit welchen Tools arbeiten wir? Ganz klar, Link Research Tools, LRT, ist somit das beste Tool, was es auf dem Markt aktuell gibt, zum Thema Link-Analysen, hat die meisten Datenquellen. Man kann aber auch ähnliche Ergebnisse erzielen, wenn man mit etwas günstigeren Tools arbeitet. Wir arbeiten da bei günstigeren Versionen, zum Beispiel mit Ahrefs und Majestic zusammen. Die sind deutlich günstiger und haben ähnlich große Datenquellen und Mengen und sehr, sehr gute Metriken, mit denen man da sehr, sehr gut auch ein Link-Audit durchführen kann. Ja, wie baut man sich denn jetzt so eine Tabelle überhaupt zusammen? Ganz einfach eigentlich, wenn man mit Ahrefs Majestic, wenn man die kostengünstige Version nutzen möchte, dann klickt man einfach bei Ahrefs auf den Site Explorer, dann auf Backlinks und kann sich dann hier über den Exportieren-Button alle Daten ziehen. Das ist erst sehr, sehr wichtig, dass man wirklich alle Links zieht, die Ahrefs gefunden hat. Die wirft man dann in eine Excel-Tabelle, Google-Tabelle rein und kann dementsprechend dann clustern. Das habe ich hier einfach mal vorbereitet mit den wichtigsten Metriken, also zum Beispiel Domain-Rating, sehr, sehr wichtig. Traffic, eine Webseite, die keinen Traffic hat, läuft schon mal Potenzial, Gefahr, dass sie ja eventuell nicht ganz so gesund ist für das eigene Link-Profil. Nicht nur nach dem Traffic gucken, ist natürlich klar. Die ganzen anderen Werte und die Manuelle Prüfung sind sehr, sehr wichtig. Dann kommt auf jeden Fall auch das Zusammenspiel mit Majestic. Also alle Links, die Ahrefs gefunden hat, werden nochmal bei Ahrefs unter Tools dann unter dem Backlink-Checker reingeworfen, dass man da die Topics bekommt, den Trustflow und den Citationflow, das mit möglichst vielen Metrigen arbeiten. Auch wenn man jede Webseite manuell besucht, helfen einem natürlich solche Metrigen ungemein. Also wenn Majestic sagt, hey, das ist ein Trustflow von 53 und Ahrefs sagt auch ein DR von 71, 70, dann ist da auf jeden Fall schon mal in hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr, sehr starker Link vorhanden. Warum benutzen wir mehrere Metriken? Ganz klar, weil einzelne Metriken immer ja relativ leicht zu manipulieren sind. Gibt Anbieter da draußen, die damit prahlen, hey, ich bringe da ein Lead-Profil von DR0 auf DR70 und dann von weniger Stunden, das ist ein krasser Spam. Und das so ein bisschen zu unterbinden, sich nicht nur auf eine Metrik zu verlassen, ist deswegen immer wertvoll, auf mehrere Metriken zurückzugreifen. Das ist jetzt einfach nur mal ein fiktives Beispiel, was du hier siehst, die Target-URL, der Anker, das habe ich alles mal ausgegraut, auch die Topics. Das ist immer extrem wichtig zu schauen, wenn du ein Link-Audit machst, wo kommen denn die Links her? Also Topics, das haben wir uns von Majestic gezogen, die sind da relativ gut drin, um zu bestimmen, von welcher Themenart der Link überhaupt kommt. Also wenn du ein Online-Shop für Zierfische bist, von mir aus, bekommst aber ganz viele Links von irgendwelchen Gaming-Seiten oder Gambling-Seiten, dann passt da schon irgendwas nicht, das riecht schon förmlich nach Links-Spam. Ähnlich ist es auch mit den Target-Duells und Anker-Texten. Also wenn alle Backlinks immer nur auf eine Unterseite zeigen, immer mit dem gleichen Anker-Text, dann erkennt man auch sehr, sehr schnell, okay, hier ist eine sehr, sehr krasse Überoptimierung vorhanden. Spannend sind auch die Daten, die Atreus einfach mitzieht oder mitgibt über das Exportieren. Und zwar kann man schon vorfiltern nach den Link-Attributen, NoFollow, UGC, Sponsored Posting etc. Da kann man wunderbar auch Links filtern, die nach Google eigentlich nicht so gefährlich sind. Allerdings, wenn man zum Beispiel zu viele Blog-Kommentare hat, also man hat zu viele Blog-Kommentar-Spams gemacht mit einem harten Anker-Text immer, dann sollte man auf jeden Fall auch vorfiltern. Also einfach hier auf UGC und dann auf True gehen und man sich anzeigen lassen, wo kommen denn die ganzen Blog-Kommentare. Das ist einfach nur ein Beispiel. Auch interessant ist natürlich immer First Scene, Last Scene, wobei das nicht immer zu 100% akkurat ist, egal mit Majestic oder HS. Da steht dann 2022 gesehen und in Wirklichkeit ist der Link von 2014. Also da ein bisschen vorsichtig immer sein, deswegen ist die manuelle Prüfung immer sehr, sehr wichtig. Und wenn man so einen Link-Audit durchführt, jeden einzelnen Link kommentieren. Ist das Links-Bram? Was hat die Erkenntnis hinter diesem Link? Das ist nur ein Beispiel, sehr alter Blog-Kommentar oder sehr alte Blog-Kommentare, wenn man das ein bisschen filtert, hier nach den Blog-Kommentaren. Sehr alter Blog-Kommentar, harter Anker-Text, bitte entwerten. Also ist ganz klar, auch wenn ein Link No-Follow hat, das UGC-Attribut hat, wenn da harte Anker-Texte drinstehen, sie geben keinen Link-Graf weiter, sie wurden einfach nur erstellt zum Link-Spam, dann auf jeden Fall entwerten oder den Webmaster anschreiben und fragen, hey, kannst du bitte meinen doch recht dämlichen Blog-Kommentar von damals bitte entfernen. Wenn man festgestellt hat, dass man einige schädliche Links hat, toxische Links in Anführungszeichen, wenn man die entwerten möchte, man hat den Webmaster kontaktiert und er meldet sich nicht, möchte die dann über das Google-Dissert-Wow-Tool entwerten, die Links. Da ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, niemals alle Links auf einmal entwerten. Jetzt ein einfaches Beispiel, du hast in der Vergangenheit über 30 Blog-Kommentare aufgebaut, immer mit dem harten Anker-Text, die hat der Webmaster freigegeben, du verlinkst da zu deiner Webseite und möchtest diese Links jetzt entwerten. Es besteht die Gefahr, dass auch wenn das purer Spam ist, dass Google das positiv gesehen hat oder immer noch sieht und wenn du diese Links dann entwertest, dann droppen die Rankings. Deswegen geht man hier beim Google-Dissert-Wow-Tool immer so vor, dass man nicht alle 30 Blog-Kommentare entwertet, sondern erstmal 5 oder 10 Blog-Kommentare entwertet, die würden wirklich sehr, sehr schwachen Blogs kommen oder mit wirklich harten Ankertexten gesetzt wurden. Da hast du erstmal 5 oder 10 oder einfach mal ein Drittel von diesen schädlichen Links entwertet und dann einfach mal schaut, was passiert. Da ist auch der Punkt, wenn du Links entwertest, immer mit einem Rank-Tracker arbeiten, der tagesaktuell die Rankings trackt. Sei es Systrix, sei es hier der Serp-Watcher, das habe ich einfach mal aufgerufen, der Serp-Watcher. Damit kann man alle 24 Stunden seine Live-Rankings überprüfen. Bei Systrix ist es eigentlich minütlich jetzt oder so eine Art Live-Ranking-Tracker sozusagen schon. Ich hoffe, wir haben es jetzt richtig hier wiedergegeben. Bei Systrix gibt es ja sehr, sehr viele Neuerungen in letzter Zeit. Da auf jeden Fall schauen. Wenn ich Links entwerte, nach ein paar Wochen droppt dann sehr, sehr stark die Rankings oder Sichtbarkeit. Mit so einem Live-Ranking-Tool kann man innerhalb von kürzester Zeit sehen, okay, sind die Rankings jetzt stark abgefallen oder fangen die an zu bouncen etc. Hier auch immer natürlich vorsichtig sein. Gibt es gerade ein Google-Update etc. Da auch immer ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz, man erkennt schon sehr, sehr schnell, wenn man Links entwertet hat, ob denn die Rankings fallen oder nicht. Das sieht man in der Regel sehr, sehr schnell. Und da dementsprechend muss man dann handeln. Wenn die Rankings dann fallen, wo man dann denkt, ich habe doch schädliche Links entwertet, Rankings fallen, dann sollte man auf jeden Fall diese in deinen Augen schädliche Links wieder aus der Disavow-File entfernen, weil sie für Google scheinbar dann eben nicht schädlich sind. Das ist dann diese große Kunst beim Link-Audit, wirklich vorsichtig vorzugehen, nicht alle Links auf einmal zu entwerten, sondern immer Step-by-Step einige Links zu entwerten und dann verschauen, was passiert. Bei Majestic.com gefällt mir persönlich immer sehr, sehr gut, dass die Websites noch Topicals oder noch Topics auch vorsortieren. Hier kann man auch sehr, sehr schnell Links spammen, ob man Links bekommen hat, die thematisch überhaupt gar nicht zu einer Seite passen. Das sehr, sehr gut ist, dass Majestic mit zwei Metriken arbeitet. Also mit Trustflow und Citationflow. Trustflow zeigt einfach mehr die Link-Qualität, also wie hochwertig ist das aktuelle Link-Profil und Citationflow, ja, welche Mengen an Links habe ich denn? Und da ist es eigentlich immer sehr, sehr spannend, das Link-Profil anhand des Graphens auch zu überprüfen. Wenn ich nämlich ganz, ganz viele Links habe, die hier im Citationflow sehr, sehr stark sind, aber von Trustflow her 0, 1, 2, 3 haben, also ganz, ganz geringe Zahlen haben, dann werden diese ganzen Links hier unten angesiedelt sein und man sieht hier eigentlich dann auf den ersten Blick, jedenfalls habe ich dann ein Problem. Wenn ich nämlich hier an dem Graph entlang keine Links habe, alle Links sind hier unten angesiedelt, dann habe ich definitiv ein Link-Spam-Problem zum Beispiel. Ja, auch das Verhältnis von Deep-Links im Vergleich zu Homepage-Links, also bekomme ich Side-Wide-Links, bekomme ich Links von Startseiten en masse und einfaches Beispiel, du hast jetzt 1.000 Backlinks, davon sind 900 Backlinks von irgendwelchen Startseiten, von irgendwelchen Footer-Links, whatever. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen merkwürdiges und schlechtes Signal. Also hier kann man sich, ja, man kann sich fast zu Tode analysieren, das stimmt. Allerdings muss man halt viele Faktoren einfach berücksichtigen. Und da ist unter anderem auch der From-Deep-Links und From-Homepages-Links sehr, sehr wichtig, da einfach zu schauen, wie ist denn das Verhältnis? Und auch besonders Follow- und No-Follow-Links, wie ist da das Verhältnis? Habe ich sehr, sehr viele No-Follow-Links, weil ich in der Vergangenheit viele Blog-Kommentar-Spam durchgeführt habe, viele Forum-Links sind auf No-Follow, habe ich es da vielleicht etwas zu gut gemeint? Gehe mir einfach die, in Anführungszeichen, Do-Follow-Links, die mir dann eigentlich die wirkliche Linkkraft geben. Follow-Links ist ja so gesehen laut Google jetzt einfach nur noch ein Hinweis. Also halten Sie es frei, dass Sie vielleicht den Link dann doch Follow machen. Aber No-Follow ist trotzdem in großen Anzahlen einfach, ja, kein natürliches Linkmuster. Viele Links sind eben auf Follow-Links und deswegen sollte man da auch ein Auge immer drauf werfen. Ja, beim Ankertext ist es sehr, sehr wichtig, ist ja eigentlich das klare Signal an Google, die Unterseite XYZ soll zu dem und dem Keyword bitte ranken. Das haben sich natürlich früher die Links-Spermer zu eigen gemacht und da die ganzen Links mit, ja, harten Ankertexten mal rausgeballert. Das funktioniert so heutzutage leider, was heißt leider, zum Glück nicht mehr. Deswegen muss man bei Link-Audit auch immer auf den Ankertext achten. Also wurden immer exakte Ankertexte gesetzt mit dem klaren Fokus, dass die Seite zudem den Keyword ranken soll oder wurden verschiedene Ankertexte gewählt, um ein natürliches Linkprofil zu simulieren. Kann man auch wunderbar mit Majestic überprüfen, immer die jeweilige Unterseite eintragen und dann einfach schauen, wie ist in das Ankertextverhältnis, welche Keywords kommen vor und welche nicht. Nicht falsch verstehen, nur wenn man ein paar Prozent der Links einen harten Ankertext haben. Bedeutet das nicht, dass ein Anker abgestraft wird, ganz im Gegenteil. Wenn du tausend Backlinks hast und zehn Prozent davon haben harten Ankertext, der aber immer wieder variiert, also unsere sogenannten Compound-Links, willst du SEO-Agentur gut ranken und da steht dann mal ein Link mit gute SEO-Agentur, die SEO-Agentur Farbentour, Farbentour-SEO-Agentur. Also da diese harten Ankertexte immer wieder variiert werden von diesen zehn Prozent, ja, dann hast du ein relativ natürliches Linkprofil und musst dir eigentlich keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, wenn du keine harten Ankertexte hast, immer wieder nur mit hier, dort oder so generischen Begriffen verlinkst, das hilft dem Link-Building auch nichts. Du wirst zwar nicht abgestraft, aber das Link-Building verpufft sozusagen, weil eben die Ankertexte immer noch nützlich sind, immer noch von Google verfolgt werden. Wie anfangs schon erwähnt, achte auch unbedingt auf die Link-Attribute. Das hat Ahrefs mittlerweile relativ schnell hinbekommen. Ich glaube, die Link-Attribute waren seit einer Woche bekannt laut Google oder wurden von Google veröffentlicht und Ahrefs hat da wahnsinnig schnell reagiert gehabt, denn vor einer Woche konnte man dann auch sich anzeigen lassen, welche Link-Attribute denn die Backlinks haben, welche Verteilung. Majestic hat das bis heute nach meinem Wissensstand nicht hinbekommen, also die unterscheiden auch immer zwischen No-Follow und Follow. Ein bisschen schade, Majestic schläft so ein bisschen manchmal. Naja, egal, soll jetzt kein Tool-Battle werden, beide Tools sind sehr, sehr gut. Und bei Ahrefs immer sehr, sehr nützlich hier dieses UGC oder Sponsored-Post. Da ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, ja, habe ich denn zum Beispiel viel Link-Spam? Habe ich gekaufte Links, die zwar mit dem Sponsored-Tag ausgezeichnet sind, da muss ich mir keine Sorgen machen, aber wenn ich sehr, sehr viele Prozent davon habe, kann es sein, dass auch mal ein Link durchgerutscht ist, für den ich bezahlt habe, der offensichtlich bezahlt wurde, aber dann vergessen wurde, mit dem Sponsored-Post zum Beispiel auszuzeichnen. Also da immer ein bisschen schauen, sind hier irgendwie gekaufte Links dabei? Gibt es hier viel mit dem UGC-Attribut? Da auf jeden Fall immer nachhaken und schauen, ob hier dann vielleicht doch der Link-Spam versteckt ist. Nächster Punkt ist natürlich das Link-Wachstum, Link-Velocity. Ist momentan ein bisschen schwierig zu analysieren, weil es eben der Block-Spot-Spam umhergeht. Also viele Domains werden aktuell ein sehr, sehr starkes Link-Wachstum haben. Würdigkeit ist das, ja, leider Block-Spot-Spam von irgendwelchen Betreibern, Bots, keine Ahnung, was da vor sich geht. Man sieht halt dann sehr, sehr starken Peak nach oben, die ganzen Block-Spot-Links, die ja entstanden sind. Nichtsdestotrotz sollte man schauen, ob Links in der Vergangenheit exzessiv aufgebaut wurden. Gibt es irgendwelche Peaks, weil man vielleicht natürliche Art und Weise irgendwelche Digital-PR-Kampagnen gefahren hat oder weil man einfach zu exzessiv mit irgendwelchen Spam-Links gearbeitet hat. Das lässt sich auch dann sehr, sehr schnell mit Ahrefs dann einfach auch anzeigen. Dass man auch einfach filtert die Links nach First-Scene. Also gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo die Links zuerst gesichtet wurden von Ahrefs. Kann man auch wunderbar mit den Daten exportieren, auch hier in die Liste einfach eintragen. Das ist jetzt ein Beispiel, wo alle Links 2022 das erste Mal gesehen wurden. Allerdings, wenn man hier sieht, dann einfach aus Beispiel 2015 ganz viele Links aufgebaut wurden, aber dann 2016, 17 gar keine Links entstanden sind. Dass man da einfach schaut, wo entstanden irgendwelche Peaks, aus welchen Gründen entstanden diese Peaks. Gab es vielleicht aufgrund dieser Peaks irgendwelche Abstrafungen, dass irgendeine Sichtbarkeit oder Rankings-Traffic getroppt sind. Da auf jeden Fall immer schauen nach irgendwelchen Mustern. Erkenne ich Mustern. Also der Link-Audit, diese Tabellen, der ganze Kram, den wir hier machen, die ganze Arbeit, die dient eigentlich dazu, um Muster zu erkennen, um irgendwelche unnatürlichen Link-Aufbau-Ausnahmen dann zu identifizieren und dann jedenfalls Links zu entwerten oder Links zu entfernen. Wenn man sich unsicher ist bei einem Link-Audit, besonders wenn man sich fragt, ja soll ich den Link jetzt wirklich entwerten oder nicht, welche Muster soll ich denn jetzt wirklich analysieren, dann kann man sich auch gerne die Konkurrenz natürlich anschauen mit Ahrefs und Majestic. Da einfach mal schauen, wie bauen die denn ihre Links auf, was für Link-Profile haben die, was für ein Verhältnis von No-Follow-Do-Follow-Links haben die. Wie kommen die denn ihre Links her und kann sich dann ansteigen oder anschauen lassen, Ah, der Konkurrenz X, Z, der rankt deutlich besser als ich, hat viel mehr Sichtbarkeit als ich, der hat die Links so und so aufgebaut, hat die Muster vielleicht aufgebaut, mehr schlecht als recht, rankt trotzdem wunderbar, man hat ähnliche Muster, da muss man sich vielleicht keine Sorgen machen. Das einzige Problem ist bei der Konkurrenzanalyse, man weiß nicht, welche Links die Konkurrenz entwert hat, ob die damit überhaupt arbeiten. Aus unserer Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ca. 10-20% der meisten der Webmaster überhaupt damit arbeiten, also 80% der Webmaster arbeiten überhaupt gar nicht mit so einem Disavow-Tool, weil sie es vielleicht nicht kennen oder weil sie es vielleicht als nicht wichtiger achten. Und deswegen kann man schon mit einer Konkurrenzanalyse über die genannten Tools schon sehr, sehr viel lernen, wie die Konkurrenz in ihre Ankertexte zum Beispiel aufbauen. Lauf ich Gefahr, wenn ich jetzt 5% harten Ankertexte habe, Konkurrenz hat 6% harte Ankertexte, nur als Beispiel bei der ähnlichen Anzahl an Links, da muss ich dir vielleicht keine Sorgen machen. Also da kann wahnsinnig viele Rückschlüsse ziehen, analysiere unbedingt die Konkurrenz auch beim Link-Audit. Wenn man mit dem Google Disavow-File arbeitet und dort Links entwertet, ist es in 99% der Fällen nützlich oder besser mit dem Befehl Domain-Doppelpunkt zu arbeiten. Man kann auch mit dem URL-Befehl arbeiten, URL-Doppelpunkt, dann wird nur der Link auf dieser URL nicht beachtet von Google. Das Problem ist, wenn man eine Domain als schädlich ansieht, warum soll man nur die URL entwerten von der Domain? Dann entwertet man besser die komplette Domain, weil die Tools kann sein, dass sie eben dann nur die eine URL finden, aber die Domain hat dann von mehreren URLs einen Link zu deiner Seite und dann hast du immer noch den Link-Spam am Fuß kleben. Besser ist es daher immer, mit dem Domain-Doppelpunkt-Befehl zu arbeiten, der Google Disavow-File, um immer auf Nummer sicher zu gehen, die komplette Domain zu entwerten, die du als schädlich, als toxisch ansiehst. Kommen wir zum letzten Tipp. Wenn du so ein Google Disavow-File erstellst, überprüfe immer, ob wirklich alle Links, die in der Datei sind, ob die wirklich schädlich sind und achte vor allem darauf, dass die Datei sauber ist. Also in der Datei gehören keine Duplikate rein. Also hier in dem Beispiel, dass viermal die gleiche Domain eingetragen wurde. Das zeugt von schlampriger Arbeit und es gibt so ein paar Theorien da draußen, die sagen, wenn die Google Disavow-File, wenn das nicht ordentlich gepflegt ist, dann könnte man jedenfalls Gefahr laufen, dass Google sagt, ja okay, dann ignoriere ich die Datei komplett. Deswegen wie so eine Art Frühjahrsputz einmal im Jahr das Linkprofil überprüfen und einfach mal schauen, ob ich denn immer noch schädliche Backlinks habe und diese schädlichen Backlinks, wenn sie denn eingetragen sind in der Google Disavow-File, ob die nicht den 404-Status-Code zurückgeben und dann natürlich schnellstmöglich eine saubere Datei neu hochladen. Auch immer gut ist, diese Kommentare einzutragen, die sind eigentlich mehr für sich selbst, also kein Google-Mitarbeiter liest sich durch, auch kein, also Google ignoriert das natürlich, die schauen sich nur diese Befehle an. Das ist eigentlich für einen selbst hier diese Raute-Befehl, wo man dann einfach seinen Kommentar hinterlegt. Da weiß dann einfach der Google-Crawler, Google-Bot, okay, ich muss hier einfach, ich kann diese Zeit überspringen und die schauen sich dann nur URL-Doppelpunkt und Domain-Doppelpunkt an. Man kann allerdings mit diesen Kommentaren einfach für sich mehr Struktur reinkriegen. Wenn man nämlich 5.000 oder 10.000 URLs und Domains entwertet, wird man schnell mal die Übersicht, da einfach mal ein paar Kommentare hinterlegen. Das hilft einem ungemein, wenn man einmal im Jahr so eine Art Frühjahrs-SEO-Putz macht. Und ja, das war es auch schon mit der Folge. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020